Hallöchen Leute! Zeit, dass ich wieder hier aufräume in Lovefly Spatoon Raising of the Squid. I know it! Spitbagger. Nein, es färbt wieder keiner ein! Hier ist alles ohne ihn gefärbt. Wo ist unser dämliche Roller? Keine Ahnung. Sollte mich ein bisschen beeilen. Mein Freund, der Kampf fehlt vor deinen Augen ab, nicht auf dem Fußboden. Tja. So, jetzt mal rausfinden. Wo ist'n der? So, jetzt mal raus. You are not safe there, friend. You are not safe there. You are not safe there. And you too! I saw you breathing! Weil ich hier jemanden abfangen wollte, wenn die Gittertore hochkommen. Aber ich sah leider breathing. Ich sah ihm breathing. Und in the end, es geht nicht. Und in the end, es geht nicht. Und in the end, es geht nicht. Und in the end... Und in the end, es geht nicht. Ich sah doch nicht. I have to win Yes Hm, I think this will not be easy with this team Hey, but no come out right ? ? ? ? ? Ich weiß nicht, ob ich die Schrecken schrecken muss. Wollte nicht rauskommen. Ich hatte den Button wieder gedrückt, aber nö. Du kennst die alte Leute. Du kennst ja auch rüber dann, Hüppe. Obwohl, ne, da kommen gerade die Dings rüber. Ne, ne, da kommen die Spacken gerade an. Deswegen will ich lieber mal da bleiben. Da kommt einer. Da kam einer. Ah. 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 Ah, komm schon. Danke. Ja. Da kommt einer. Hä? Hä? Portet die sich? Ja. 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 Das tut sie. Oh, really? Die. Die. We lost this. Ja. Nach meiner super Vorarbeit. Hm. Dann lässt man euch EINMAL hinten alleine und alles explodiert. Und die Tanten fangen an zu porten. Hm. Ja. Das ist doch nur das. Nur meine Strache ist es, der hat den verlassen. Ich weiß auch nicht. Kann doch grad werden wir noch runter. Aber sie hat meine Geräte. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Und ich weiß nicht. Vorsicht Ich sag jetzt dir, da hat sich dieser kleine Schwimmspeeder ausgezahlt Oh ne, du hast sogar jetzt zwei. Da auf dem Dings ist ja noch Ding drauf Meso für Team Grün. Oh wirklich, die sind schon bei uns drüben drin Kann man euch denn nicht mal fünf Sekunden alleine lassen? Nö Ich muss mal den ständigen Mami für die spielen Na komm, na, na, na komm, na, na Hey, jetzt hab ich gerade einge... Hallo? Notice me Sö mal, hat die nicht gemerkt, dass die von hinten attackiert wurde? Keine Ahnung Weak stick players So, jetzt schlag gefälligst mal zurück! Easy lunch I saw you This was not the intelligence idea Sushi! Again! Ja Oh man, my team is pretty useless! Sag mal wie bescheuert seid ihr eigentlich? Ihr lasst euch von Wasabis überrennen! Wir lassen uns für Kinderkäsewasser abwies überrennen! Das ist doch nicht wahr! Ja Einmal zum Heulen Okay, Homie darf man keine Schuld geben! Homie ist klein Homie ist klein, aber der Rest... Die sind alle höher als du und trotzdem bin ich von den 10 Die sind alle höher als du und trotzdem bin ich von den 10 Geil mit Pinseltechnik Schwibbelschwapp Warum fährst du hier mit dem fucking Cracken? Wahrscheinlich wolle er den Inferno entkommen Wow, wir sind nur noch zu dritt Wow Sorry, but this is my body Watch my back Ow Der hat auch quer durch die Wand geschossen Hm Rache ist Blutwurst Wasicht Na Was hätt ich da machen sollen? Ich weiß Wie ist es? Wie ist es denn meine ganzen Beacons benutzt worden? Ach Leute! Strategisch nutzen! Nicht doof! Und das obwohl du so gut gearbeitet hast Was ist das? Ja Erst Inferno hat es kaputt gemacht Äh, eh, natürlich hab gut gearbeitet Also meine, wir, 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 wir drei, wir haben, wir haben gebissen Hm Ähm Aufentkampf Nummer fünf Was ist das? 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 Bei dem Roller Bei dem Roller hab ich keine Angst Ich hab nen Kraken ready Was war'n' das für ne Heavys Bending Guns Was war'n' das für ne Heavys Bending Guns Nice try. Try harder next time. Ich zeige hier dann kein Beacon, sondern verpiesel dich. Aber das ist normalerweise ein guter Beacon Platz. Aber ich... Ich schütze. HAH! MOTION CONTROL, BITCH! Es ist nichts, ein Weakstick-Player-Can-Handle-of! Now come on! You are dead. Aquaflame?! You're living, buddy! I think he was dead? Was? Das war Aquaflame! Achso, und? Der Typ der doch bei dir gestorben ist, oder bei mir. Irgendeiner von beiden war das. Achso. Den wir ins nächste Jahrhundert geprüstet haben. Hm, so ungefähr. Da war er gern. Was ich... Sechs buddy. Komm, es sind die letzten Minuten, von daher... Ich glaub, der D-D-D-Dings ist gerade verzweifelt. Ja, das war sehr dominant, dieses Mal. Aber Marie, das Hydranten-Arbeiten müssen wir noch ein bisschen üben und Pigeon gedreckt. Ja. Das Weitere will sagen, I was ... Last fight. Mh-mh. Gibt me ... Jetzt sterbe ich. Ja, es kommt davon. Was? Diebstahl lohnt sich nicht. Ich hab's nur noch mal ausgegeben. Genau, was man essen kann, kann man sich natürlich auch nur ausleihen. Es ist ja nicht so, dass ich dann alles aufesse. Ist gerade richtig ungünstig, dass es mich juckt am Kopf. Getreckt. Getreckt, mate. Wo kam der denn her? Das war die, die du verfolgt hast. Nein, nein, ich hab'n Pinsel verfolgt. Das war doch die ... Nein, du warst hinter der her, die da den Splatbom-Hagel gemacht hat. Das war sie. 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 Und wer war sie. Ist da einer durchgebrochen? Na. Genau. Genau. Schieß einfach an mir vorbei. Ne, das war das Glättbohrmhagel. Aber ihr habt es trotzdem gemacht. Level 23! Hei puh. Oh Gott wir werden alt. So... Das war's we있 gesund. Nächstem mal geht's wieder bei N CB01 weiter. Bye bye! Tschüs.